Was geht ab Leute, Sensei Flach hier wieder am Start mit einem neuen Bedwurst Video auf Bergwerk Labs, heute mit einem neuen Gast. Und zwar live aus dem Krankenhaus. Das sei nach. Hi. Ja, ich hab ein bisschen was zum Aufnehmen gesucht, ähm, weil ich einen kleinen Hassanfall bekommen hab bei dem ersten Versuch der Aufnahme, die ich gestartet hab. Ja, wegen den ganzen Postboten, die hier alle 5 Minuten Dauer geklingelt haben. Weil, ja, meine liebe, liebe Mutter richtig viel gekauft hat. Ich hoffe, du kommst hier was sehen. Du kannst laufen. Äh, ja. Ah. Ich wollte gerade sagen, da war schon der erste Hacker in der Runde. Ähm, die spielen hier die Map Elemental Pokémon. Ähm, ich, darf ich mich jetzt outen, dass ich die Map noch nie gespielt hab? Darfst du dich outen, ja? Okay. Beziehungsweise, ich hab sowieso noch nicht wirklich viel Bedwurst hier auf Bergwerk Labs gespielt. Aber was ist meine, du meintest gerade gleich was? Ah, falsche Richtung gebaut. Wir müssen in Richtung Blau. Das ist doch Blau. Nee, Blau ist andere Seite. Ich hab mich zur Falschen gebaut. Ente ist schuld, sorry, Guide. Die Betten hier sind unten an den Füßen der Pokémon. Jo, hab ich noch gesehen. Ähm. Bau du mal. Ah, so knapp. Ja, Vorsicht, die kommen. Ich tue, was ich machen kann. Ich hole dir mal in der Zeit deren Bett. Ja. Ja, du bist leider raus. Das passiert, wenn man nur einen Laptop hat. In einem Bankenhaus. Mit einer 50K-Leitung, die irgendwie 100 Leute nutzen. Ähm, das wird aufgeteilt, das WLAN. Ja. So, da hab ich dann schon mal den Ersten. Na, da bin ich raus. Na ja, da hat er mich gut erwischt. Der Boy, aber der ist dafür auch rausgeflogen. Da gibt's erstmal ein fettes GG an dieser Stelle. Ähm, ich würd sagen, nach einem kurzen Cut sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Immer, er hat halt einen lebensgroßen Sklonekrieger bei sich zum Hose stehen. Ähm, ich hab eine Yoda-Maske bei mir. Und da jetzt erstmal herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde. Ja, nach dem Cut hier. Ähm, Map R2-D2. Ich baue vor, du equipst dich. Jo. So, das sollte noch nicht ganz reichen. Das reicht nicht. So, dann bau da mal durch mit deinen gesplitteten Krankenhaus-WLAN. So. Oder warte, lass mich bauen. Okay. Nein. Oh, da springe ich vorbei. Äh, pass auf, die könnten jetzt gleich kommen. Ich springe da jetzt einfach nur noch. straight gegen. Ähm, müsste es ein bisschen schneller machen. Die kommen jetzt gleich. Aber die bekommen Besuch von zwei Seiten. So, das ist cool. Und das Bett ist weg. Ja, aber ich werde jetzt erstmal selber noch ein bisschen rushen. und jetzt erstmal nach schwarz gehen. Okay. Und da das Bett holen. Das Bett holen. Und da das Bett holen. Okay. Und jetzt kommt die Musik. Und dann kommt die Musik wieder rein. ... und dann kommt die Musik wieder auf. Und dann kommt die Musik wieder auf. Wow. ist auch ein Feuer bett ist weg ich bin und in der Welt wenn sie können im Moment kämpfen kann, dann kann ich zumindest das Bett anbauen. Und nächstes Bett weg. Ja, von den Schwarzen. Wow, wir sind ein oder zwei Teams, das noch ein Bett hat. Dafür, dass wir gerade so gerusht wurden, ist es noch relativ gut gelaufen. Oh lol, und es sind auch nur noch vier Teams insgesamt da. Ja. So, ich hol mir mal eben ein Eisen. Gucke da mal, ähm, bei den Blauen müssen wir aufpassen, die waren in der Mitte. Also, wo? Ja. Ähm, klau mir bitte nicht alle Blöcke, ja? Okay. Oder wie gesagt, alle Bronze. Aha. Fuck. So, dann werde ich jetzt mal ein bisschen deren Aim austesten. Hoffentlich ist er nicht vorhanden. Hoffen wir es auch mal. So, dann ziehe ich mich jetzt erstmal hier zurück und tue jetzt erstmal... Okay. Ich hab mal la... Kack... Lacka... Aajaa... Doch, der Aim ist vorhanden. aber auch ein bisschen zu spät hat er mich da ich bin nämlich jetzt kurz vor deren base ich werde da jetzt nur mit low equip rüber gehen die ein bisschen zu trollen schön Was machst du denn hier? Das Betteinbauen Okay, da bekommt der Begriff Betteinbauen einen völlig neuen Begriff Vorsicht, Blau kommt, Blau kommt, Blau kommt Vorsicht, geh weg, die haben Bogen Vorsicht, Kloppt da drauf, Kloppt da einfach drauf, Kloppt da einfach drauf Jo Ja, lol What the fuck Ja, ich werde hier beschossen Jetzt komm, jetzt lass mich doch Ey, warum spawn ich die ganze Zeit auf diesen Scheiß Tja ne, ich stehe hier jetzt rum, ziehe meine Folge ein bisschen noch in die Länge Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so läuft, aber hey, I have fun Ey, mindestens besser Platz Nichts gegen Ja, alles klar GG an dieser Stelle Ähm, war auf jeden Fall eine nice Runde, ich glaub ich hab drei oder vier Betten geholt Ja, ich hab drei, ich hab drei gemacht Ähm, war auf jeden Fall nice, ähm, schaut auf jeden Fall bei The Nice, The Buh, The Neyru rein Link unten in der Videobeschreibung Ähm, da gibt's jetzt hier von mir nochmal ein fettes GG an dieser Stelle Ähm, ja, ne Schaut beim nächsten Mal auch wieder mit rein Macht es gut Und Cheerio Eww Eww Eww